Wir sind sozusagen am 10. Juni 1980 im Onkel Pö Lehmweg 44 in Hamburg-Eppendorf und auf der Bühne die Gruppe Colors mit Eberhard Weber Bass, Charlie Mariano Saxophon beziehungsweise Flöten, John Marshall Schlagzeug und Rainer Brüninghaus Klavier. Zunächst von Eberhard Weber Sand, Glass and Left Lane. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 . 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020